In the summer's in the end I remember you The first time that we met With something like that With something like that Ach, Jenny? Ach, sieh mal einer an. Da hat aber eine gut mitgehalten. Du weißt ja, welches dein Bett ist. Schlaf gut, du hast es dir verdient. Nein, danke. Ich fahre nach Hause. Aber danke für die Einladung. Die Party war der Hammer. Was soll das heißen, du fährst nach Hause? Keiner verlässt eine Pyjama-Party. Dann muss ich dich wohl enttäuschen. Ich schon. Oh, und ich behalte die Jacke. Das macht dir doch nichts aus. Montag? Mittagessen auf den Stufen? Natürlich. Geht klar. Wir wissen, Jenny Humphrey hat sich gut geschlagen auf Blair Waldorf's Pyjama-Party. Es war ein unvergleichliches Debüt. Das musste selbst Blair zugeben.